Meine Kinder, sie denken, ich bin tot. Die Armee hat ein Waisenhaus in New York kontaktiert. Einen Herrn namens Edward Pagan. Man nennt es den Waisenzug. Wir haben dort, wo dieser Zug hinfährt, gerade einen Krieg beendet! Ich will, dass du mir sagst, in welche Richtung dieser Zug fuhr. Die Siedlungen bewegen sich rasch westwärts. Hässliche Dinge passieren. Los, 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 beeilt euch, kommt schon. Es gibt ein paar wütende Stämme da draußen und ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ich muss meine Kinder finden. Du musst nicht mit mir mitkommen. Ich will dir helfen, deine Familie zu finden. Guter Mann. Ich habe zwei Jahre meines Lebens im Camps der Konfederierten verloren. Die Stimmen meiner Kinder halten jeden Tag durch meinen Kopf und bewahrten mich vor dem Tod. Hast du deinen Frieden mit deinem Gott gemacht? Achtung.